Heute bauen wir einen JavaScript Preloader. Viel Spaß dabei! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um JavaScript und zwar um ein Video, das viele von euch gefordert haben, auch in der letzten Zeit nochmal vermehrt, und zwar wie man einen sogenannten Preloader baut. Das bedeutet einfach, man bekommt eine kleine Animation, wie zum Beispiel so ein Ladekreis oder ein Balken oder eine Prozentzahl, die wächst oder irgendwas in dieser Richtung, bis die Seite wirklich komplett geladen ist. Das Ganze hat Vorteile, aber auch viele Nachteile. Und zwar, die Vorteile sind natürlich, man hat direkt eine saubere Seite. Wenn man zum Beispiel eine sehr, sehr große Seite lädt mit vielen Bildern und coolen Animationen und hier noch was und da noch was und dann vielleicht ein Video im Hintergrund oder sowas, dann macht es Sinn, einen Preloader zu nutzen, weil der Nutzer einfach direkt die gesamte User Experience bekommt. Das Problem ist, wenn man eine sehr kleine Seite hat mit einem Preloader, dann nervt es viele Nutzer, weil dieser erstmal laden muss. Also gibt es Vor- und Nachteile und man weiß nie so richtig, was wirklich Sinn macht, beziehungsweise man muss für sich selbst abwägen, was wirklich Sinn macht, ob man einen nutzen möchte oder nicht. Wir werden in diesem Video uns angucken, wie man so einen selber baut. Mit einer Animation, in unserem Fall wird es einfach nur ein Ladebalken sein. Viel Spaß dabei und los geht's. So und los geht's mit dem Video. Das erste, was wir angucken, ist erstmal das Endergebnis. Wie ihr seht, ist das nicht sonderlich spektakulär. Das ist einfach nur eine Seite mit einem Text in der Mitte. Das ist pures Lorem Ipsum, hat also nichts zu sagen. Und wenn ich die ganze Seite jetzt neu lade, kriegen wir einen Ladebalken, der sich dann ein bisschen rausanimiert. Wie ihr seht, geht das alles relativ schnell. Und das ist auch einer der Nachteile, die ich am Anfang sagte. Darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Wobei man das hier auch wirklich jetzt als absolutes Basic im Prinzip nehmen kann. Man kann diesen Preloader natürlich noch beliebig erweitern. Und auch die Animation natürlich noch verbessern und verschönern und noch mehr und toller. Allerdings geht es heute erstmal nur das Basic. Und deswegen gucken wir uns als erstes mal die Grundlagen an, die wir für dieses Video brauchen. Wie immer könnt ihr natürlich das gesamte Video über Unleashed Design, Slash Tutorial, Slash Preloader, solltet es oben in der Ecke einblenden, erreichen. Und dort könnt ihr euch das Endergebnis anschauen. Das ist unser Stand aktuell. Wenn ich lade, passiert gar nichts. Das ist relativ langweilig. Und naja, so viel sehen wir nicht. Oben steht zwar schon Loading. Dazu sage ich gleich was. Das ist nämlich das, was hier kommt, wenn wir starten, dieses Loading. Das müssen wir jetzt alles mal stylen und die Animation vorbereiten. Das ganze Video besteht wie immer aus einem Verzeichnis. In diesem Verzeichnis haben wir einen CSS-Ordner mit einer Layout-CSS. Diese ist aktuell noch relativ leer. Das erkläre ich gleich, was hier schon drin steht. Dann haben wir einen JavaScript-Ordner, einen JS-Ordner mit jQuery und Preloader. Diese beiden werden in der Index-HTML auch schon verwendet. Und hier erkläre ich mal eben als erstes, was wir machen. Als erstes laden wir wie immer jQuery. Das nächste ist, wir laden den Preloader, dann die Layout-CSS. Und dann ganz oben ist schon unser Preloader. Das hier ist unser Preloader im Prinzip. Und diesen könnte man natürlich auch direkt mit JavaScript erzeugen. Was heißt, wir können in unserer Preloader JS, so würde man es normal eigentlich machen, würde man unser gesamtes, ja unser gesamter DIV-Container und was wir hier gemacht haben, alles variabel erzeugen, sodass man nur noch eine JS-Datei hochladen sollte. Allerdings habe ich das schon mal in einem Tutorial erklärt, wie man das genau macht. Der Link dazu sollte jetzt auch hier unten irgendwo in der Ecke erscheinen. Wir haben allerdings hier erstmal nur das, was wir eigentlich brauchen, das Grundgerüst. Wir haben einmal eine Sektion, die hat eine ID mit Preloader. Das wird später unser gesamtes Feld. Das heißt, das wird sich wie so ein Overlay über die gesamte Website legen, damit wir das dann später benutzen können. Dann haben wir die Dots. Das sind einfach diese vier kleinen Punkte, wenn ich nochmal animiere. Diese vier kleinen Punkte hier in der Mitte, die sich so hochhüpfen, dort sind diese vier Punkte drin. Diese haben alle eine CSS3-Animation mit verschiedenen Namen. Das erkläre ich auch gleich. Und dann hier unten natürlich die beiden Hälften. Was heißt, nicht unsere gesamte Hintergrundfläche hat eine Farbe, sondern nur zwei DIV-Boxen, die dann nach links und rechts aufklappen. Natürlich könnt ihr hier das beliebig variieren, also man braucht das nicht. Man kann hier auch direkt eine Hintergrundfarbe vergeben und das ganze Ding ausblenden lassen. Allerdings als erstes möchte ich mir eben die Funktionsweise eines Preloaders erklären. Grundsätzlich muss man dazu sagen, man muss sich das Ganze so vorstellen in verschiedenen Stufen. Die erste Stufe ist, die Seite, also der Client fragt den Server, ich möchte jetzt die Webseite sehen. Die Webseite sagt dann, okay, ja, ich schicke dir die Dateien alle. Und dann fängt er an, die Index-HTML von oben nach unten durchzugehen. Das heißt, als erstes liest er diese Zeile. Dann diese Zeile, diese Zeile und geht weiter und weiter bis zur jQuery JS und zur Preloader JS. Was heißt, die Preloader JS wird geladen, bevor der ganze Rest überhaupt erkannt wurde oder bevor der Client überhaupt weiß, dass das existiert. Was heißt, wenn ich hier nicht dieses document.ready-function reinschreibe, dann wird alles, was in der JS-Datei ist, hier geladen. Was heißt, wenn man später dieses wirklich anwenden möchte, sollte man die alle mit JavaScript auch wirklich erzeugen und dann auch wirklich in der Preloader JS hier drin erzeugen. Allerdings nicht in diesem document.ready, sondern davor. Also das heißt, bevor das Dokument geladen ist. Dann alles wie gehabt, alles lädt sich so durch und der Rest ist eigentlich ziemlich Standard. Bis dann irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem hier unten HTML wieder geschlossen wird, um damit der Browser weiß, okay, ich habe alles geladen, was diese Seite hergibt. Das nächste, was wir jetzt natürlich überlegen müssen, ist, ja, unsere sollte jetzt hier irgendwie mal nach was aussehen. Deswegen werden wir jetzt als erstes mal diesen Status der angezeigten Preloader Screen Animation im Prinzip animieren und dann werden wir das Ganze ausblenden. Weil so funktioniert eigentlich jeder Preloader in den Basiszügen. Es gibt natürlich noch ein paar komplexere. Allerdings ist es eigentlich so, man startet am Anfang eine Animation und lässt die Animation so lange laufen, bis die Seite fertig geladen ist und dann faded man sie aus, beendet sie und dieser Animationseffekt kann praktisch beliebig kompliziert werden. Für unseren brauchen wir nicht viel. Wir brauchen grundsätzlich einfach erstmal eine Preloader, ja, eine ID namens Preloader. Die habe ich hier, das ist diese Sektion. Die stylen wir jetzt als erstes mit einigen CSS-Befehlen. Ich kopiere die jetzt einfach mal hier rüber und erkläre dann, was die eigentlich zu sagen haben. Ganz wichtig ist Position Fixed. Falls man zum Beispiel eine sehr große Seite hat, die nicht direkt auf einen Screen passt, sollte der Preloader immer über einen sein, weil sonst könnte man scrollen. Das wollen wir nicht. Das nächste, was wir machen, ist Top 0, Left 0, Right 0, Bottom 0, Width, Height 100% und Z-Index 10.000. Einfach einen unfassbaren Z-Index wählen, dann bringt das auch, also dann legt er sich über alles drüber, egal ob man andere Plugins verwendet oder sowas. Wenn man jetzt das Ganze abspeichert und einfach schon mal anguckt, in unserer aktuellen Version, passiert noch absolut gar nichts, weil, naja, wir haben noch nicht sonderlich viel gemacht und man sieht auch nichts, weil es hat keinen Hintergrund und, ja, das Ganze machen wir jetzt als erstes. Und zwar stylen wir unsere beiden Hälften, die sich später aufklappen. Dazu mache ich jetzt einfach mal ein paar Zeilen drunter, damit wir das immer schön oben haben. Und ich sage hier Preloader UD Pre-Hive, also ich style eine Klasse. Und das sind diese beiden Div-Boxen, die später so nach links und rechts aufklappen. Diese bekommen in Hintergrundfarbe einfach so einen dunkler Schwarzton. Dann werden sie 50% der Weite, 100% der Höhe, Position absolut, Top, Bottom 0. So werden sie 100% hoch. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist natürlich der Abstand Left und Right, beziehungsweise bei Left 0 und hier Right 0. Das ist einfach, dass die beiden links und rechts anliegen. Welche dieses Ganze als Abspeicher sollten wir hingegen schon einiges sehen. Jetzt sollte sich unsere Preloader-Klasse praktisch hier vorschieben und wir sehen nur noch einen schwarzen Bildschirm. Hier können wir jetzt auch, wie ihr seht, scrollen. Also ich muss fast hier ein bisschen reinziehen in den Bildschirm. Ich kann hier scrollen, allerdings sehen wir immer nur den Preloader und das ist Sinn der Sache. Was heißt, das nächste, was wir brauchen, ist unsere Punkte in der Mitte. Diese Punkte sollen ja animiert werden. Um diese Punkte alleine zu erschaffen, brauchen wir als erstes eine große Gesamtbox, die praktisch alle Punkte zusammenfasst und das ist UD Dots. Das hat eine ID, diese habe ich hier vergeben und sage Z-Index 1001. Das heißt, es soll definitiv über dem Z-Index liegen und auch über diesen beiden Hälften. Dann sage ich with 150 Pixel, Position Absolute, Top 50%, Left 50% und sage mit Transform, Translate X und Y minus 50%, dass es sich genau mittig ausrichtet. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichern würde, würden wir noch nichts sehen, weil hier nichts drin ist und deswegen gucken wir jetzt erstmal, was wir noch brauchen. Das Erste, was da mit drin ist, ist dieses Loading. Das heißt, ich habe hier einfach einen P-Tag mit Loading. Da kann man natürlich alles reinschreiben, was man möchte, allerdings, ja, passt Loading eigentlich, denke ich, ziemlich gut. Der erste Schritt ist, wir stylen das auf 100% Weite, unten in 30 Pixel Abstand, dann weiß als Schriftfarbe, Font size 12, Text, Agent Center. Was heißt, wenn ich das jetzt abspeichere, sollten wir in der Mitte schon mal Loading sehen. Und da ist es auch schon, hat auch wunderbar geklappt. Der nächste Punkt ist, wir brauchen unsere Punkte in der Mitte, diese kleinen Dots. Natürlich kann man hier jede Art von Animationen anbringen. Was heißt, man könnte hier auch ohne Problem einfach ein Ladebalken von 0 auf 100 animieren oder verschiedene kleine Animationen machen oder so ein Kachel-Layout, der herausfindet. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, da kann man richtig kreativ sein. Oder einfach zum Beispiel so Kreise, die ineinander babbeln, wie zum Beispiel die Google-Preloader-Sachen. Da gibt es schon eine ganze Menge schönes Zeug. Ja, wir machen jetzt erstmal trotzdem diese kleinen Pünktchen. Und diese brauchen als erstes eine Weite und eine Höhe von 30 Pixeln und ein Border-Radius von 30 Pixeln. Dieser Border-Radius macht nämlich diese Punkte rund. Ohne diesen Border-Radius wäre das Ganze nämlich vierkig. Das zeige ich mal eben und kopiere das mal eben raus. Speichere das. Und wenn wir das jetzt angucken, müssten wir hier in der Mitte, ja wie ihr seht, hier vier kleine Punkte haben. Aber das sind Vierecke. Und Vierecke bringen uns nicht viel, deswegen brauchen wir hier definitiv Border-Radius. Und sobald man Border-Radius genauso groß macht, wie die Boxen weit oder hoch sind, wird es rund. Was heißt, wenn man die Boxen viereckig macht mit 30, 30 und Border-Radius 30, werden sie rund. Dann kriegen sie weiß als Hintergrundfarbe, Float, damit sie ineinander floaten und Margin nach links von 10 Pixeln. Dann bekommen sie eine CSS-Animation. Und zwar einmal, sie sollen unendlich lange laufen, dann 500 Millisekunden lang sein und ein Erase-In und Out haben. Jetzt müssen wir natürlich noch, weil ihr ja seht, dass dieser eine Punkt hier runtergerutscht ist, müssten wir das Ganze noch ein bisschen anpassen. Und zwar mit Dot Last Child. Da sagen wir, dass es nach links keinen Abstand mehr haben soll. Und jetzt sollte das auf Wunderbar passen. Zack, und da passt es auf Wunderbar in eine Reihe. So kommen auch hier oben diese 150 zustande, weil wir haben 4 mal 30. 4 mal 30 sind 120. Plus 3 mal 10 Abstand. Das heißt, wir kommen auf 150. Und so habe ich diese 150 gewählt. Natürlich passiert jetzt noch relativ wenig bis gar nichts. Und das liegt daran, dass unsere Animationen fehlen. Und zwar unsere Animationen werden mit CSS 3 gemacht. Und dazu kopiere ich mir einfach mal eine rüber. Die restlichen kopieren wir uns gleich in diesem Frame selbst. Die heißt UD Preloader, ist auf Status 0%, hat sie eine Hintergrundfarbe weiß und Translate Y 0. Dann auf 25% hat sie eine Hintergrundfarbe von orange und Translate Y minus 5. Das heißt, es geht so ein bisschen runter. Dann der nächste Punkt ist bei 50% Background FF, Translate 0. Und dann soll das Ganze schon beendet werden. Und wenn ich das Ganze jetzt natürlich 4 mal brauche für jeden dieser Punkte, weil wir haben hier ja Preloader 1, 2, 3. Also hier wird die Animationsname im Prinzip vergeben. Dann muss ich das hier auch noch anpassen. Dann haben wir allerdings ein kleines Problem. Und das werdet ihr jetzt sehen. Und zwar ist jede Animation gleich. Das heißt, ich muss die so abpassen, dass die immer nur laufen, wenn die andere gerade nicht läuft. Was heißt, wenn diese hier schon am Ausgehen ist, soll diese hier angehen. Was heißt, bei 25% hat die ihren Status 0, bei 50% ihren Höhepunkt und bei 75% ihr Ende. Der nächste fängt bei 50% an, hat bei 75% seinen Höhepunkt und bei 100% hört es auf. Der hier fängt bei 75% an, hat bei 100% seinen Höhepunkt und hört bei 25% wieder auf. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und uns mal angucke, sollte jetzt unsere Animation wunderbar funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt eine unendlich lange Animation, die hier diese kleinen Punkte erzeugt. Das Ganze sieht schon mal ganz nett aus. Wie gesagt, ihr könnt euch hier eure Kreativität freien Lauf lassen und jede x-beliebige Animation abspielen und erzeugen und überlegen. Da gibt es eine ganze Menge im Internet und natürlich auch im Kopf kann man einfach mal gucken, was einem persönlich am besten gefällt. Ich finde die jetzt nicht ganz so schön, mein persönlicher Geschmack. Allerdings ist sie ziemlich einfach zu machen und deswegen mag ich sie irgendwie. Der nächste Punkt, der ist, wir sollen die irgendwie ausblenden. Was heißt, unsere Seite ist geladen und das Ganze soll sich relativ elegant verflüchtigen, sage ich mal. Das Ganze kommt jetzt und jo, jetzt kommt jQuery zum Tragen. Wie ich gerade sagte, wird alles, was hier drin steht, erst abgespielt, sobald die Seite geladen ist. Allerdings alles, was hier vorgeladen wird, was heißt zum Beispiel diese ganze Sektion, die Style, CSS und sowas, wird schon abgespielt, bevor die Seite geladen ist. Deswegen müssen wir ganz wichtig darauf achten, sobald wir hier drin sind. Alles, was hier drin steht, wird erst abgespielt, sobald die Seite geladen ist. Und deswegen mache ich jetzt erstes mal UD-Dots. Das ist unsere Oberklasse, wo unsere Punkte drin sind. Diese sage ich Fade-Out mit 300 und sage erst mal einfach, das soll abgespielt werden. Was heißt, sobald die ganze Seite geladen ist, sollen unsere Punkte, also unser ganzer Innencontainer hier, praktisch ausgefadet werden. Und wie ihr seht, geht das Ganze sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze noch ein Stückchen erweitere und sage, Komma, Function, das heißt, sobald diese Funktion ausgeführt ist, soll zum Beispiel unser Background links und rechts rausanimiert werden. Das Ganze werde ich mir eben erklären, wie ich das hier gemacht habe. Und zwar habe ich einmal die Klasse links, die Klasse rechts angesprochen, von diesen beiden Containern, die hier unten drin sind. Und sage hier Left minus 50 Prozent, Right minus 50 Prozent. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr gleich, was das folgende Problem ist. Ich animiere die Seite. Ups, das ist auch nicht geladen. Irgendwo habe ich gerade einen kleinen Fehler gemacht. Tuk, 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 tuk. Ah, hier, da ist es. Das muss natürlich weg. Und jetzt sollte es funktionieren. Zack, und wie ihr seht, geht das unfassbar schnell. Also es ist direkt geladen. Und das hat einen Grund. Wenn man sich jetzt mit Chrome die Konsole öffnet, kann man hier auf Timeline klicken, äh, auf Network klicken. Und wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, wird hier angezeigt, wie lange die Seite gebraucht hat, um zu laden. Und wie ihr hier seht, hat die in 242 Millisekunden geladen. Die meisten Seiten werden nicht groß sein und werden sehr, sehr, sehr schnell gehen. Diese ganze Seite ist gerade mal 1,4 Kilobyte groß. Und selbst Seiten mit 400, 500 Kilobyte werden so schnell geladen, dass eure Animation meistens nicht richtig abgespielt wird. Das war auch das, was ich am Anfang gesagt hatte. Man muss entscheiden, ob es Sinn macht, einen Preloader zu benutzen. Weil, wenn ich jetzt gucke, ist immer so ein blöder Klick noch dazwischen und man sieht die Animation nicht richtig. Und es lohnt kaum, diese zu starten. Deswegen überlegen, hat meine Seite genug Gewicht? Also ist sie groß genug? Zum Beispiel, wenn ich eine Galerielade mache, macht es immer Sinn. Oder große Bilder mit sehr guter Qualität. Dann macht es Sinn, einen Preloader zu verwenden. Oder für einen One-Pager, wo der gesamte Seiten-Content geladen wird. Für kleinere Seiten würde ich allerdings empfehlen, keinen zu nutzen, da es sich sonst einfach nicht lohnt und man sehr, sehr schnell geladen ist. Man kann jetzt natürlich noch einen kleinen Trick benutzen. Und zwar kann man, bevor man die erste Animation ausführt, sagen, man macht einen Delay. Das ist natürlich nur ein Workaround und man sollte es möglichst nicht machen. Allerdings, wer wirklich gerne einfach für das Aussehen einen Preloader verwenden möchte, der schreibt hier einen Delay rein. Und jetzt braucht unser Preloader, sobald es geladen ist, braucht er mindestens 750 Millisekunden, bevor er anfängt auszublenden. Das kann man natürlich auch erhöhen. Wir können hier sagen, auch 2000 Millisekunden. Und jetzt bleibt der Preloader zwei Sekunden lang stehen, bevor er ausblendet. Das Ganze ist natürlich relativ, wie gesagt, ein Workaround und funktioniert noch nicht so richtig toll. Also funktioniert allgemein nicht so richtig toll. Weil zum Beispiel, wenn die Seite sehr, sehr groß ist und lädt, dann kommt hier trotzdem noch der Delay von zwei Sekunden. Und deswegen sollte man entweder einen relativ kleinen Delay nehmen, also maximal 750 Millisekunden oder sowas. Aber auf gar keinen Fall mehr. Man muss allerdings für jeden selbst entscheiden, ob es sich wirklich lohnt, das zu nutzen. Ich persönlich finde das schon mal gar nicht schlecht. Jetzt haben wir nur noch ein kleines Problem. Und zwar kann ich hier den Text nicht markieren und ich könnte auch nichts auf der Seite anklicken. Einfach, weil unser einer Übercontainer, also unser UD-Preloader, noch über allem hängt. Und das Ganze werde ich jetzt mal eben anpassen. Und zwar müssen wir hier hinten dran einfach nur noch eine zusätzliche kleine Funktion hängen. Was heißt, sobald diese Animation abgespielt ist, soll unser Preloader ebenfalls innerhalb von 10 Millisekunden auch noch ausblenden. Das Ganze speichere ich jetzt ab und sollte jetzt wunderbar funktionieren. Hier ist nur irgendwo ein Fehler. Ah, hier ist der Fehler. Und da ist natürlich noch so eine Klammer drin. Die machen wir mal eben weg. Wupp, jetzt ist er gar nicht weggegangen. So, jetzt ist er weg. Jetzt sollte unser Preloader wunderbar funktionieren. Was heißt, er wird erstmal angezeigt. Blendet aus. Und wir können jetzt auch den Text kopieren. Was heißt, ihr könnt jede x-beliebige CSS3-Funktion für diesen Preloader nutzen. Was heißt, ihr könnt alles erzeugen, was ihr möchtet, um einen schönen Effekt zu erzeugen. Das Einzige, was ich empfehlen kann, ist, wer wirklich einen Preloader nutzen möchte auf seiner Webseite, erzeugt euer gesamten HTML-Code, den ihr dafür braucht, in eurem JavaScript. Das erspart einem eine Menge Arbeit später und auch, ja, verhindert Fehler nach Möglichkeiten. Deswegen würde ich das alles über JavaScript laufen lassen, was ich hier jetzt nicht getan habe. Da es einfach für das Tutorial, für das Verständnis eines Preloaders relativ wenig ausmacht. So, das war es schon wieder für diese Woche mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Über neue Abonnenten freue ich mich natürlich auch immer sehr. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit einem neuen Tutorial. Und, ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017